und ein herzliches willkommen zurück bei weiterkampf 4 bei super smash bei das ultimate mit mir von der youtube let's play als hobby gegen sergio mit pikachu und ich habe irgendwie bock auf bei euch nicht akkuat so 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 Das war's. auch ein mensch wieso völlig gegen sowas auch scheiße ja Oh! Doch, komm. Meine Get-A-Vs arbeitet hier nur. Oh, okay. Oh, okay. Oh! Serkyo! Ist ein anderes Spiel, bitte! Ich meine, jetzt haben wir mit 200er gewonnen. So was sieht man aus hätten bei mir, aber gut, okay. Danke trotzdem für das Zuschauen. War jetzt vielleicht nicht ganz so spannend. Ich meine, der Begutsch hat immer nur dasselbe gemacht, aber gut, okay. Danke für das Zuschauen, dass heute Super Smash Ultimate mit mir voller YouTube Plätze ist als Hobby und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß noch auf meinem Kanal und auf YouTube generell. Tschüss!